Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem Video aus der Node-RED-Videoserie. In den letzten beiden Videos haben wir Node-RED installiert auf dem Raspberry Pi und wir haben uns auch schon mal das Dashboard angeschaut. Und da war es ja eigentlich so, wenn wir uns dieses Dashboard mal angeschaut haben, wir hatten dort Bausteine, die in Node-RED Nodes genannt werden, und wir hatten Verbindungen zwischen diesen Bausteinen. Also im Prinzip sieht das Ganze doch gleich aus wie in der Digitaltechnik, wo wir beispielsweise bei einer Logosteuerung oder bei einer SPS letzten Endes auch einfach nur Bausteine auf unseren Arbeitsfeld ziehen und dort die entsprechenden Ein- und Ausgänge mit diesem Baustein verknüpfen. Das ist aber ein Trugschluss, denn Node-RED hat eine ganz andere Vorgehensweise bei der Bearbeitung solcher Programme im Gegensatz zur klassischen Digitaltechnik. Welche genau, das zeige ich euch nach dem Intro. In diesem Video wollen wir uns also den Unterschied zwischen Node-RED Programmierung und klassischer Digitaltechnik anschauen. Und damit meine ich in diesem Video vor allem die IEC 61131, also die klassische konventionelle Gebäudeautomation mit SPS-Steuerungen oder Logosteuerungen, Easy-Steuerungen etc. Also wo wir klassischerweise unsere Und-Oder-Bausteine haben, gegebenenfalls auch noch Funktionsbausteine mit größerer Logik und diese entsprechend mit Ein- und Ausgängen verknüpfen. Und da wollen wir doch auch schon mal mit dem ersten Punkt anfangen, der grundlegend unterschiedlich ist zwischen Node-RED und IEC 61131, also der Digitaltechnik. Denn Node-RED ist ein eventgesteuertes System, während die IEC 61131, also die SPS-Programmierung, in der Regel eine zyklusgesteuerte Programmierung ist. Das bedeutet, in Node-RED wird die Programmierung durchlaufen, wenn die Taste gedrückt wird. Während bei einer zyklusgesteuerten Steuerung die SPS ständig überprüft, was ist denn der Zustand meines Eingangs und arbeitet jedes Mal das Programm durch, unabhängig davon, ob sich der Zustand meines Tasters geändert hat oder nicht. Die Programmiersprachen sind relativ vergleichbar. In Node-RED haben wir die Flows, also unsere Nodes, unsere Bausteine, die wir hier miteinander verknüpfen, also eine grafische Programmierung. Das gleiche haben wir auch in der SPS-Welt mit FUP, AWL, COP oder beispielsweise auch CFC aus der Codosys 2.3 bzw. 3.0. Und als Hochsprache haben wir bei Node-RED JavaScript als Skript-Sprache und bei der SPS-Welt haben wir klassischerweise den strukturierten Text. Also von den Programmiersprachen sind es zwar grundsätzlich andere, aber wir haben bei beiden Systemen eine grafische Programmierung und eine Hochsprache, die wir verwenden können. Der nächste Punkt klingt jetzt vielleicht etwas komplizierter, aber auch das schauen wir uns gleich im Detail an. Bei Node-RED haben wir eine objektorientierte Programmierung. Wir haben also nicht einfach nur den Wert an-aus, sondern ein ganzes Objekt besteht aus ganz vielen Datenpunkten und ganz vielen Informationen und in der IEC 61131 haben wir eine prozedurale Programmierung. Also wir haben da beispielsweise einfach nur Ein- und Ausgänge, die den Zustand haben an oder aus. Und ein ganz großer Unterschied, den man so aus der SPS-Welt schlicht und ergreifend nicht kennt, ist, dass wir Variablen in Node-RED zur Laufzeit beliebig erstellen können. Während in der SPS-Welt, also der IEC 61131, die Variablen bereits vor Download auf den Controller festgelegt werden müssen. Also ich muss in meiner Programmierung schon festlegen, welche Variablen ich brauche, welchen Speicherbereich ich benötige. Das ist bei Node-RED nicht der Fall. Ich kann dort zur Laufzeit beliebig Speicherbereich mir dazunehmen in Form von Variablen und auch wieder abgeben. Das war jetzt eine ganze Menge Informationen, aber ich will jetzt im Folgenden auf die wichtigsten Punkte nochmal ein wenig genauer eingehen. Und da fangen wir auch direkt mal an mit dem Unterschied eventgesteuert zu zyklisch. Hier haben wir jetzt mal den Ausschnitt aus so einer klassischen SPS-Programmierung. Das ist jetzt hier ein Screenshot aus der CodeSys 2.3. Sieht aber letzten Endes in allen anderen Systemen ähnlich aus. Wir haben unsere Eingänge, wir haben hier einen Oder-Baustein, einen SR-Glied, also einen Flip-Flop, und dann am Ende noch einen Ausgang. Und wie arbeitet die SPS jetzt dieses Programm ab? Naja, der erste Schritt ist grundsätzlich einmal, dass die Hardware-Eingänge ausgelesen werden von der SPS. Also es wird ausgelesen, der Eingang 1 ist True, der Eingang 2 ist False und der Reset-Schalter, der ist ebenfalls False. Danach werden die Bausteine, also das Programm wird durchlaufen, entsprechend der Reihenfolge, die wir hier sehen, oben rechts mit dieser kleinen Nummer. Das bedeutet, zuallererst schaut sich die SPS den ersten Baustein, den Oder-Baustein an, überprüft dort die beiden Eingänge und entscheidet dann darauf folgend, was der am Ausgang stehen muss. Hier jetzt True oder False, bedeutet, am Ausgang muss jetzt auch ein True stehen. Dann als nächstes wird der SR-Baustein abgearbeitet. Dieser erkennt am Eingang, nur das Set ist True, das Reset ist False. Dementsprechend wird der Ausgang auf True geschaltet und dann im letzten Schritt, ja, dann werden die Hardware-Ausgänge gesetzt. Also was wir auf unserem Ausgangsvariable hier im Programm schreiben, das wird dann auch physisch umgesetzt. In Node-Red sieht das Ganze aber anders aus. Hier jetzt mal ein kleines Beispiel. Die Programmierung sieht grundsätzlich ähnlich aus. Wir haben hier nur einen Eingang, das sehen wir auch noch, woran das liegt. Aber wir haben ja auch eine Oder-Funktion, eine SR-Funktion und wir haben entsprechende Eingänge und Ausgänge. Der Unterschied hier ist aber, dass dieses Programm so lange ignoriert wird, bis der erste Taster eine Information meldet. Also bis der erste Taster gedrückt wird, so lange passiert mit diesem Programm überhaupt nichts. Es wird überhaupt nicht abgearbeitet. Erst wenn der erste Taster gedrückt wird, schickt er ein solches Nachrichtenobjekt weiter und danach wird das Programm abgelaufen. Also der Unterschied ist entsprechend, bei einer SPS wird beispielsweise alle 50 Millisekunden das Programm durchlaufen, unabhängig davon, ob Ein- oder Ausgänge sich verändert haben, also ob sich der Zustand geändert hat. Bei Node-Red ist es so, dass das Programm nur dann durchlaufen wird, wenn ein Event passiert ist. Also, klassisches Beispiel, der Taster wurde gedrückt. Oder die Gruppenadresse aus meiner KNX-Welt hat sich geändert. Das sind klassische Events in Node-Red, die dann dafür sorgen, dass das Programm durchlaufen wird und auch nur dieser eine Programm teil. Und das haben wir ja auch schon gesehen im letzten Video, als wir diesen Debug-Node verwendet haben. Wir haben nur dann etwas gesehen, wenn wir vorne auch auf diesen Inject-Node, also ein Event, ausgelöst haben. In der SPS-Welt wäre es so, dort gibt es nicht diesen Debug-Node, aber wir können dort Breakpoints setzen, dass jedes Mal, wenn dieses Programm durchlaufen wird, dieser Breakpoint ausgelöst wird und wir den Zustand sehen. Also hier schon mal so ein Unterschied zwischen Node-Red und SPS-Welt. Jetzt haben wir eben gesehen, hier in Node-Red, da war bei der Information, bei unserem Eingang, dort war einfach nicht nur die Information True oder False, nein, wir hatten dort ein Objekt oder wir hatten dort mehrere Werte in diesem Kasten stehen. Wir hatten ein sogenanntes Topic und wir hatten ein Payload. Was bedeutet das jetzt? Naja, das ist der zweite große Unterschied zwischen Node-Red und der SPS-Welt. Node-Red arbeitet so, dass bei einem Event Nachrichtenobjekte verschickt werden. Das ist das sogenannte Message-Objekt. Und mit diesem werden wir im Folgenden noch ganz häufig zu tun haben. Was ist dieses Message-Objekt jetzt? Naja, im Grunde genommen klingt das Ganze komplizierter, als es letzten Endes ist. Das ist ein sogenanntes JSON-Objekt. JSON ist einfach nur eine, ja, Formatierungsform, wie dieses Objekt entsprechend dargestellt werden soll. Und so ein Objekt bedeutet einfach nur, dass wir hier mehr als nur die Information an-aus bekommen. Diejenigen, die vielleicht schon mal mit Bugnet gearbeitet haben, die kennen das Ganze. Dort ist es auch objektorientiert. Wir kriegen eben nicht nur die Information an-aus, sondern noch zusätzliche sogenannte Meta-Informationen. So, ein Objekt wollen wir uns jetzt mal anschauen. Hier jetzt beispielhaft einfach mal einen Raumfühler. Wir haben hier wieder unser Topic. Das Topic beschreibt so ein bisschen, was für ein Raumfühler das ist, kann aber auch für beliebig andere Varianten genutzt werden. Wir bleiben jetzt hier erst mal dabei, dass der Topic immer beschreibt, was dieses Objekt beinhaltet oder von wem diese Information kommt. Also hier jetzt in dem Fall Raumfühler-Küche. Dann sehen wir jetzt hier unsere Payload, also die Nutzlast dieses Objekts. Das klingt jetzt auch wieder hochtrabender als es ist. Das ist letzten Endes die Information, die Datenpunkte, die hier mit verschickt werden. Ja, und dann haben wir hier zum Beispiel den Zustand mit dem Wert OK, also ein Text. Den Batteriewert mit 77, also es scheint sich hier um einen Funkmelder zu handeln. Wir haben die Information über die Tastenzustände. Taste 1 ist gedrückt, Taste 2 nicht. Und wir haben die Temperatur mit 24,3 und unseren CO2-Wert mit 1000. Und wenn wir das mal mit der SPS-Welt vergleichen, dann haben wir das ja auch dort so ähnlich. Wir haben das zwar nicht zusammengepackt in einem Objekt, aber wenn wir uns jetzt hier mal so einen Baustein angucken, der jetzt beispielsweise die Verknüpfung zu einer Ocean-Welt herstellt, dann haben wir hier auch unser Topic, den Instanznamen, also die Küche, Raum, Fühler, Küche. Dann haben wir jetzt hier auch die einzelnen Werte aus dem Payload in der SPS-Welt als Ausgang an diesen Baustein. Hier ist halt der Unterschied, dass wir nicht das komplette Objekt von Baustein zu Baustein verschicken, sondern nur die Information, die der nächste Baustein auch braucht. Ja, also wenn wir dann den Text zum Beispiel auf einer Visualisierung anzeigen wollen, dann wird nur diese Variable S-Zustand mit dem Visualisierungselement verknüpft. Oder wenn wir mit dem Batterielevel irgendetwas berechnen wollen. Das ist in Node-Red wie gesagt anders. Dort wird das gesamte Message-Objekt von einem Node zum nächsten weitergeschickt. Das ist ja an der Stelle noch keine große Magie. Wir haben eben jetzt ein Objekt, das wir von Baustein zu Baustein schicken mit so Informationen, bestehend aus unserem Topic, also dem Namen und unserer Nutzlast. Das können wir aber jetzt noch ein bisschen weiter treiben, denn wir können zu einem Wert weitere Informationen speichern, indem wir daraus ein Objekt machen. Was heißt das jetzt? Naja, es wäre ja noch ganz schön zu wissen, ob die Temperatur jetzt Fahrenheit ist, Kelvin oder Grad Celsius. Dasselbe beim CO2-Wert. Was für eine Einheit ist das denn, die da hinten dran steckt? Und dann können wir jetzt zum Beispiel folgendes machen. Wir unterteilen unsere Temperatur noch einmal in die Werte Einheit und Wert und unseren CO2-Wert auch noch mal in Einheit und Wert, nämlich Grad Celsius und 24,3 beziehungsweise ppm und 1000. Also nehmen wir doch mal dieses Nachrichtenobjekt und schauen uns das mal an an einem praktischen Beispiel. Wir kriegen jetzt hier von einem Sensor genau dieses Objekt mit den Informationen und wollen dafür sorgen, dass nur die Temperatur auf unserer Visio angezeigt wird. Jetzt ist es so, dass es in der Regel die Bausteine immer mit dem Payload-Wert arbeiten. Ja, das bedeutet, die Visualisierung zeigt dann den Wert an, der im Payload steht. Jetzt haben wir ja hier aber ganz viele Informationen in diesem Payload stehen. Also jetzt müssen wir dieses Objekt irgendwie umformen und umwandeln. Und im Grunde genommen ist das eigentlich auch so die Hauptarbeit, die man in Node-Red hat. Diese Informationen, diese Event-Nachrichten, die wir bekommen, so umzuformen, dass die einzelnen Nodes, also Bausteine, damit arbeiten können. Also gehen wir doch mal diesen Weg hier. Wir haben jetzt hier ganz vorne unseren Inject-Node, der eben jetzt einen Sensor simuliert und der schickt uns jetzt dieses Objekt, das wir ja eben kennengelernt haben. Das kriegt jetzt dieser nächste Baustein, das ist ein sogenanntes Change-Node, das schauen wir uns auch noch im Detail an. Und was dieses Change-Node jetzt macht, ist, es verändert diese Nachricht. Und jetzt arbeitet dieses Change-Node so, dass es alle Informationen löscht, die wir jetzt hier nicht brauchen. Also theoretisch könnten wir jetzt einfach nur den Wert von unserer Temperatur in diesem Payload-Objekt speichern. Aber wir haben ja gesehen, dass wir die Zusatzinformationen bekommen, dass dieser Wert in Grad Celsius ist. Das wäre ja auch schön, wenn ich das auf der Visu anzeigen kann. Also mache ich doch einfach folgendes, in meinem Payload-Objekt löche ich jetzt alle Werte raus und speichere dann dort nur noch Einheit und Wert. Genau das macht dieses Change-Objekt jetzt hier. In unserem Payload sehen wir dann nur noch Einheit in Grad Celsius und den Wert mit 24,3. Alle anderen Informationen, die haben wir jetzt hier rausgelischt, denn die braucht das nächste Node nicht. Und das nächste Node, an das dieses veränderte Nachrichten-Objekt jetzt weitergeleitet wird, naja, das zeigt jetzt nur noch aus unserem Payload den Wert an, sowie die Einheit. Also das ist dann unser Visu-Element. Also nochmal zusammengefasst, in Node-Red ist es so, dass wir Nachrichten-Objekte verschickt bekommen. Ähnlich wie in Bucknet haben wir also nicht nur einen Wert, den wir hier drin verschickt bekommen, sondern noch ganz viele zusätzliche Informationen. Und letzten Endes sieht der Workflow in Node-Red so aus, dass wir uns anschauen, was für ein Objekt bekommen wir, denn wirklich standardisiert ist das Ganze nicht. Und dann schauen wir, wie wir dieses Nachrichten-Objekt verändern müssen, um es an unserem Ausgaben-Node verwenden zu können. Sei es jetzt auch einer Visualisierung in KNX, in MQTT oder in anderen Systemen. Das ist im Prinzip der Workflow, den wir in Node-Red haben. Aber schauen wir uns doch dieses Beispiel wirklich mal in der Praxis an, damit wir sehen, was hier überhaupt passiert. Und dafür verbinde ich mich jetzt erstmal wieder mit meinem Node-Red-Editor. Ich bin jetzt mit meiner Node-Red-Installation verbunden, das könnt ihr natürlich auch gerne machen, ob die Node-Red-Installation jetzt auf einem Raspberry Pi, Windows, Docker, Android etc. läuft, spielt hier keine Rolle. So, was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir mal so ein Nachrichten-Objekt zusammenstellen. Und das haben wir ja schon in unserem letzten Video kennengelernt, hier mit unserem Nachrichten-Objekt Hallo Welt. Und wir wollen das jetzt auch wieder simulieren mit diesem Inject-Node. Also dieses Inject-Node, das ziehe ich mir jetzt hier einmal rein und das simuliert quasi einen Sensor-Event, also eine Sensor-Information. Und dieses Objekt wollen wir jetzt so aufbauen, wie wir es später von dem Sensor erwarten können. Das ist jetzt hier an der Stelle natürlich erst einmal alles Theorie. Später, wenn wir die Node-Red-Installation dann auch mit KNX verbinden, dann werden wir dort sehen, wie das Ganze wirklich dann am Ende aussieht, also die genauen Bezeichnungen. Aber an der Stelle sei schon einmal gesagt, die Vorgehensweise ist auch dann mit diesem Nachrichten-Objekt die gleiche. Aber wir wollen jetzt zum Üben einfach mal ein solches Nachrichten-Objekt zusammenstellen. Dafür gehe ich hier auf meinen Inject-Node und mache einen Doppelklick hier drauf. Und dann sehen wir hier schon, dann kann ich mir das Nachrichten-Objekt hier konfigurieren. Das Nachrichten-Objekt fängt immer an mit Message, also MSG, Punkt, und dann kommen die Variablen. Also hier haben wir unser Topic, die Nachrichten-Information, und dort hatten wir ja gesagt, das ist der Raumfühler-Küche. Das schreibe ich hier jetzt mal rein. Damit wissen wir jetzt, von wem diese Werte kommen. Und dann haben wir hier das Message.Payload. Und hier wird jetzt aktuell standardmäßig bei einem solchen Inject-Node immer der Timestamp übertragen, beziehungsweise reingeschrieben. Der Timestamp ist einfach die aktuelle Zeit in Millisekunden, ich glaube, seit dem 1. 1. 1970. Das wollen wir hier jetzt nicht. Stattdessen wollen wir ja hier ein komplettes Objekt verschicken mit ganz vielen Informationen. Und das kann ich jetzt hier machen, indem ich hier runtergehe auf JSON, also ein JSON-Objekt. Ansonsten könnte ich hier auch dieses Message.Payload nur auf einen Wert setzen, also Payload könnte ich dann zum Beispiel 23,4 sagen. Wir wollen hier aber ein komplettes Objekt mit ganz vielen Informationen verschicken. Also klicke ich hier jetzt einmal drauf und dann kann ich das jetzt hier entweder in diesem JSON-Format eingeben. Das ist mir aber tatsächlich an der Stelle zu kompliziert. Stattdessen klicke ich hier nämlich auf die drei Punkte und gehe dann in den visuellen Editor. Und hier kann ich mir das jetzt einfach zusammen konfigurieren. Wenn wir uns zurückerinnern, dann hatten wir als erstes Element die Information Zustand. Also klicke ich hier auf Element hinzufügen. dann kann ich jetzt diesem Element dieser Variable einen Namen geben. Nämlich Zustand und hier hinten schreiben wir jetzt einfach mal rein, dass der Zustand dieses Sensors okay ist. Wie gesagt, das bekommen wir ja dann später vom Sensor selbst dynamisch, je nachdem wie sich der Fühler eben gerade fühlt. Wir machen das jetzt hier mit diesem Inject-Node einfach mal zum Simulieren. Dann machen wir weiter, wir fügen ein weiteres Element hinzu und dann hatten wir als nächstes die Information Batterie und jetzt will ich ja keinen Text hier speichern, sondern ich möchte eine Zahl eintragen, deshalb gehe ich hier von String zu Number und dann kann ich hier zum Beispiel sagen 80% beziehungsweise die Zahl 80, ob das Prozent ist oder nicht, weiß ich ja an der Stelle Taste 1 und auch hier haben wir keine Zahl sondern ein Boolean also die Information an oder aus und ihr seht schon das sind eigentlich diese drei Datentypen die wir in Node-Red kennen da kommen noch ein paar besondere Datentypen dazu aber für den Einstieg klangt uns der String die Number und der Boolean also String ein Text Number sind Zahlen unabhängig davon ob jetzt Gleitkommazahl oder Ganzzahl und negativ oder positiv und Boolean True oder False viel mehr Datentypen haben wir eigentlich auch nicht abgesehen von diesem Objekt hier was wir gerade anlegen also ich sage jetzt hier die Taste 1 ist gedrückt mache das Ganze noch für die Taste 2 diese soll False sein und dann wird es ja jetzt interessant denn jetzt hatten wir ja die Temperatur also mache ich hier einmal Element hinzufügen und schreibe hier jetzt rein Temperatur und jetzt hatten wir es ja anfangs so kennengelernt dass wir hier einfach den Wert eintragen also Number und dann beispielsweise 23 Komma beziehungsweise hier muss ich einen Punkt eingeben 23 Punkt 4 aber das Schöne ist ja wir können hier noch mehr Informationen verschicken das bedeutet stattdessen mache ich hier raus nicht eine Zahl sondern ein weiteres Objekt bestehend aus weiteren Informationen jetzt kann ich nämlich hier das ganze einmal aufklappen und füge hier ein Element hinzufügen das heißt zu diesen Objekt Temperatur füge ich jetzt Informationen hinzu nämlich einmal den Wert das waren diese 23,4 beziehungsweise Punkt 4 die ich jetzt hier eintrage und danach unten drunter noch also wieder auf unterhalb einfügen drücken die Einheit die ich jetzt hier speichere als String nämlich Grad Celsius also unsere Temperatur ist jetzt ein Objekt bestehend aus den Informationen Wert und Einheit das kann ich hier jetzt wieder zusammen klappen um das Ganze ein wenig übersichtlicher zu haben das mache ich noch einmal mit unterhalb einfügen für CO2 und jetzt muss ich hier drauf gucken dass ich auf Element hinzufügen klicke also für dieses Objekt hier nehme ich einmal den Wert wieder das machen jetzt jeder als Zahl beispielsweise 1000 ppm und ich habe es ja jetzt schon gesagt unterhalb einfügen die Einheit das sollen unsere ppm sein also wieder als string ppm und damit haben wir jetzt ein simuliertes Nachrichtenobjekt erstellt in der Praxis würde es eben so aussehen dass wir dieses Objekt in der Form dann immer wieder geschickt bekommen wenn sich der Zustand ändert also entweder der Fühler meldet einen Fehler die Batterie hat sich geändert die Tasten sind gedrückt oder eben die Temperatur oder der CO2 Wert hat sich verändert dann würden wir immer wieder ein solches Objekt geschickt bekommen entsprechend mit allen aktuellen Daten also auch wenn sich dann nur der CO2 Wert geändert hat würde dann beispielsweise trotzdem die Temperatur und die Tasteninformationen mitverschickt werden ich klicke jetzt hier einmal auf fertig noch einmal auf fertig und dann können wir dieses Inject Node auch schon austesten dafür ziehe ich mir hier erst einmal wieder ein Debug Objekt rein klicke hier einmal auf übernehmen und dann wollen wir doch mal überprüfen ob das Ganze auch so passt dafür habe ich jetzt aber eine Sache vergessen denn ich möchte jetzt hier nicht nur die Payload angezeigt bekommen sondern das ganze Nachrichten Objekt deshalb stelle ich das hier einmal ein klicke auf fertig und auf deploy jetzt gehe ich hier neben auf den Käfer also auf die Debug Tab um zu sehen was hier passiert und jetzt klicke ich hier vorne einfach mal auf das Inject Node und dann sehen wir schon wird diese Event Nachricht verschickt also mit meinem Klick habe ich jetzt hier quasi ein Event simuliert das normalerweise vom Sensor kommen würde wenn sich entsprechend der Zustand ändert und dann haben wir jetzt hier dieses Objekt das aus diesem Node verschickt wird und das können wir Tasten Tasten Informationen und dann hier unten können wir CO2 und Temperatur noch einmal aufklicken mit Wert Einheit und ich will jetzt folgendes machen ich möchte jetzt dass ich bei dem Debug Node nur noch das sehe wie wir es eben gesehen haben bei diesem Beispiel das bedeutet ich möchte jetzt nur noch den Temperaturwert sehen und dafür gibt es hier diesen Change Node wenn wir hier mal drüber habern dann sehen wir hier er ist zum Setzen Ändern Löschen oder Verschieben von Eigenschaften in einer Nachricht und wenn ich jetzt dieses Node hier dazwischen packen möchte dann kann ich dieses Node einfach hier dazwischen platzieren sodass diese Linie gestrichelt dargestellt wird dann wird das Objekt entsprechend hiermit verbunden jetzt mache ich hier einen Doppelflick drauf und jetzt kann ich hier festlegen auf was das Message Payload gesetzt werden soll naja und mein die 23,4 das kann ich jetzt machen indem ich sage Message Payload soll gesetzt werden auf Message Payload dann sind wir hier in diesem Objekt dann in Temperatur dann würden wir entsprechend diese Wert und Einheit auf unser Payload Objekt legen und jetzt möchte ich ja nur den Wert also Punkt Wert klicke einmal und dann übertrage ich das noch einmal und jetzt sehen wir in unserem Payload sind jetzt nur noch die 23,4 also wir haben jetzt ein Message Objekt schon mal verändert und jetzt möchte ich noch eine zweite Note hier hinzufügen nämlich dass die Information nur dann weitergeleitet wird wenn die Temperatur unter 20 Grad liegt also wie eine Art Alarmmeldung das mache ich jetzt hier zwischen Debug und unserem Change Note und dann gibt das hier ein Switch Note wir hovern nochmal drüber und gucken Weiterleitung von Nachrichten basierend auf den Werten ihrer Eigenschaften also wenn ich das hier dazwischen packe dann kann dieser Switch Objekts Nachrichten entweder weiterleiten oder blockieren indem es sich die Eigenschaften anguckt also auch hier wieder ein Doppelklick drauf hier oben trage ich ein die Eigenschaft als 20 also hier umstellen auf Zahl nur dann wird diese Nachricht weitergeleitet ich kann jetzt hier theoretisch noch weitere Ausgänge hinzufügen wir bleiben jetzt mal bei einem klicke hier einmal auf fertig auf übernehmen und wenn ich jetzt hier vorne auf den Inject Note klicke dann sollte jetzt ja nichts mehr passieren na das mache ich jetzt einmal ich klicke hier einmal drauf und wir sehen wir Doppelklick hier auf die drei Punkte und jetzt ändere ich den Wert hier das mache ich jetzt hier in diesem JSON Format mal auf 19 also simuliere jetzt quasi dass die Temperatur sich verändert hat klicke hier einmal auf fertig deploye jetzt noch einmal klicke jetzt nochmal und jetzt passiert nämlich genau das jetzt wird dieses Objekt auch weitergeleitet davor nicht denn wir waren ja über diesen 19 Grad ja und das kann ich jetzt natürlich entsprechend dann verknüpfen vorne beispielsweise mit einem KNX Sensor hinten mit einer Visualisierung oder einer Datenbank wo ich diese Werte abspeichere da sind mir jetzt entsprechend keine Grenzen mehr gesetzt also fassen wir noch einmal die Unterschiede zwischen Node-RED und IEC-611 31 zusammen Node-RED ist event gesteuert das bedeutet Nachrichten werden nur dann verschickt bzw. das Programm wird nur dann bearbeitet wenn ein Event ausgelöst wird das kann beispielsweise ein Schalter sein der gedrückt wird IEC-611 31 zyklus gesteuert alle 50 Millisekunden wird das Programm durchlaufen unabhängig davon ob sich die Zustände verändert haben oder nicht Programmiersprachen haben wir gesehen die sind eigentlich relativ ähnlich wir haben eine grafische und eine Programmierung und eine Textprogrammierung dann ist es so dass in Node-RED wir eine objektorientierte Programmierung haben das bedeutet eben dass wir anders als in der EEC-611 31 Welt nicht einfach nur die Information an aus oder in Temperaturwert übertragen sondern jedes Mal ein komplettes Nachrichten Objekt übertragen wird mit ganz vielen Informationen und die Aufgabe von uns die Node-RED dann entsprechend programmieren ist es eigentlich dieses Nachrichten Objekt so zu verändern dass das Ausgaben Node damit auch arbeiten kann ob es die Visualisierung ist ob es die KNX Welt ist oder eine Datenbank spielt jetzt hier keine Rolle Variablen können jederzeit zur Laufzeit beliebig erstellt werden das werden wir später noch sehen in einem späteren Video und bei EEC-611 31 Welt ist das Ganze eben nicht der Fall dort stehen die Variablen bereits zum Anfang fest So damit haben wir uns jetzt die Unterschiede zwischen der klassischen Gebäudeautomation als der klassischen Digitaltechnik und Node-Red angeschaut und auch schon einmal ein bisschen die ersten Bausteine wie Switch und Change kennengelernt Was euch aber mit Sicherheit schon aufgefallen ist dass jeder Node in Node-Red nur einen einzigen Eingang hat wenn wir das mal vergleichen mit der SPS wir haben das ja gesehen an oder beziehungsweise und Baustein dort haben wir ja mehrere Eingänge das haben wir hier nicht und was das für Auswirkungen hat und warum das so ist das zeige ich euch im nächsten Video deshalb stellt sicher dass ihr den Kanal abonniert habt und die Glocke aktiviert habt ich hoffe euch hat dieses Video gefallen wenn ja lasst gerne ein Like da und wenn ihr noch Fragen Wünsche Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020